Der wütende Drogenbaron ertrank allein. Klingt wie ein Gedicht? Wenn du das sagst. Ich war nie so der große Leser. Wie bist du überhaupt an Martin Li gekommen? Ich bin der Beste. Ich geh nicht hausieren. Man kommt zu mir. Weißt du, wenn du dich zusammentun möchtest, können wir echt was reißen. Oh, bin geschmeichelt. Aber dieses Ausnutzen von Light ist nicht so mein Ding. Könnte Tombstone tagelang prügeln, ohne dass er es spürt. Ob die Gegendroge wohl wirken würde? Jungs, dann los doch! Weißt du noch, unser letzter Tanz ist dein Knie wieder in Ordnung. Es zieht, wenn es regnet. Sonst super. Was ist das, du fragst? Und im Einsatz der Gegendroge muss ich Tombstone's Banda ausschalten. Magst du mein neues Produkt? Es heißt Graves Storm! Hast du den Namen von deiner Marketingabteilung? Ich bin von der Marketingabteilung! Ich bin von der Marketingabteilung! Es ist nicht wie gegen Kugeln! Was ist das, der will? Wer kann denn die Handwerker? Ich bin von der Knie wieder in Ordnung. Herr Banda. Ich bin von der Knie schlafen. Ich bin von der Knie mehr. Ich bin von der Knie mehr. Aber wirklich zuigen. Wir werden es auch nicht. Ich bin von der Knie mehr. Ich bin von der Knie. Hey, du willst ne Krüferlich-Pause machen, oder? Oh, Lonnie, reif? Hast wohl Sport geschwänzt. Er wird langsam fast geschafft. Oh, 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 oh. Gegen Droge wirksam. Zeit, ihn auszuschalten. Was im Geier hast du dir verpasst? Ich fühle mich. Seltsam. Oh, weißt schon. Partikelentlockungsmittel. Das Übliche. Er ist erschöpft. Beenden wir's. Meine Zunge ist komisch. Soll meine Zunge komisch sein? Oh, ja. Absolut. 100% normal, glaub ich. Hoffentlich tust du irgendwann mal was Gutes, Lonnie. Eine Suppenküche leiten oder sowas. Ha, erst wenn Suppe Knete brennt. Aber genauso mag ich es heben. Toller Kampf, tolle Herausforderung. Wir beide sind so unterschiedlich. Also sind deine Tage als Irrer-Drogenbaron gezählt? Bitte? Klar. Fürs Erste. Aber war echt der Hammer. Das sehe ich anders. Das ist neu. Man darf wohl nicht hoffen, dass du es jetzt ruhiger angehst als, naja, Sterblicher? Keine Chance. Die Gefahr macht es nur noch besser. Krasser linker Haken. Freu mich auf den Rückkampf. Lass mal. Ich mag dich. Okay, das war dramatisch. Wie lange Tombstones Kräfte jetzt wohl inaktiv sind? Wohl nicht lange genug. Aber gute Arbeit fürs Erste, Pete. Wir können stolz auf uns sein. Hast du schon mal so ein Feuer gesehen? Chemisch. Wer weiß, was hier gelagert wurde. Mann, ich dachte, die hätten nur Motorräder. Ich habe mir das Lachen gekämpft. Ich habe mir das Lachen verbreitet. Vielen Dank.